Ich glaube, das ist auch deswegen ein anderes Format, das in einer Gruppe zu machen, wie du es ja beschrieben hast, selbst eine Kleingruppe mit vier oder fünf Menschen hat schon mal ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn wir beide sagen, wir bieten individuelles Coaching für eine Führungskraft an, mit der man natürlich sehr, sehr spezifisch für diesen Case dann sozusagen arbeiten kann und vermutlich auch über einen längeren Zeitraum quasi iterativ so ein bisschen den ganzen Prozess mitgehen kann. Was aber bei so einer Gruppe so schön ist, denke ich, ist, dass man ist quasi in der gleichen Position, eben diese erste Führungsposition, kann natürlich unabhängig sein, also hängt natürlich nicht damit zusammen, ob wir jetzt alle kleine Teams haben, alle große Teams haben, ist ja vollkommen egal, aber diese Position ist gleich, aber, wie ich es jetzt quasi kurz gesagt habe, der Kontext ist trotzdem überall anders, der Umstand ist anders, aber die Kernfragen werden sich trotzdem wieder finden und das mal ansprechen zu können, ist glaube ich eine sehr wichtige Sache, weil es wird dann sehr, sehr schnell herauskommen, dass wenn die eine Person erwähnt, ja und das ist irgendwie so die erste größte Herausforderung in diesem ersten Quartal und wird sich vermutlich herausstellen, dass noch zwei Menschen sagen, ja stimmt, das ist das erste Quartal, habe ich das und das auch gemerkt und dann kommt man ja genau in diesen Austausch, wo, was du am Anfang sehr schön gesagt hast, das ist ja auch eine Sache, die so ein bisschen emotional unterstützt, also da geht es eben nicht darum, dass man, wie eben bei einem individuellen Coaching, mache ich wieder da den Bogen, wo man halt relativ hart arbeitet an Fortschritt sozusagen, aber in so einer Austauschgruppe geht es ja darum, dass man sich motiviert, dass man ein bisschen die Erfahrungen teilen kann und dann trotzdem lernen kann, also da ist vielleicht auch, was irgendwie noch spezifischer herauszuholen ist, was so eine Rolle von uns ist, zum Beispiel in so einer Gruppe, also da geht es nicht darum, dass man vorne steht und predigt und sagt, ja das sind die fünf Punkte, die man im ersten Quartal machen muss, sondern da geht es ja mehr darum, dass man das öffnet und für uns ist es so ein, ich meine eigentlich alles, was wir so im Podcast machen, man leitet so ein bisschen an, wenn es, wenn es irgendwo hakt, aber es ist nicht so, dass es dort nicht, also dass es da ständig notwendig sein wird, sondern das wird schön laufen, weil alle kommen mit Problemen, alle wollen die loswerden, man möchte sich motivieren, man ist emotional vielleicht nicht auf der richtigen Ebene und dann kann so eine Gruppe sehr gut helfen.